so dann sind sie bereit ja unser auftrag war ja wir müssen die verteidigungsanlagen selbstverständlich und gehen weiter zu regnen haben sie ja ja haben wir das haus schon mal reingelaufen ja so stöckel das hat keiner da müssen wir auch mal aufräumen noch mal hier den hier ist da drin wo kommt ihr auf einmal her ist das haus wo wir schon waren ja aber wo kommen wir auf einmal die neue gespawnt oder was einmal das ist der winfried spitz ist fels ärgerlich streichen langsam wirklich leicht ja und das dahinten ist der volker siegel er macht sich sorgen dass seine frau eine affäre mit seinem bruder haben könnte oder sieht mich oder sieht mich das ist ja da ist auch noch einer das ist der tito fällt spiel also das ist der der den links über die spreche ja dann würde ich doch noch mal sagen wenn der gleiche durchkommen da kümmerst du dich drum aber ja keine ahnung komm mal ruhig da wo ich bin ja der typ der da geht der kommt gleich hier durch die hüte dann kannst du in die hüte platz ich kümmere mich um den einen haben sie verstanden ja ja ich versuche den anderen leise weg zu machen was machst du denn für fehler sagt macht ich weiß auch nicht ich habe gedacht sie hätten den schon erledigt ja wie denn jetzt ja viel spaß dann machen wir können ja auch erst mal jedoch ins gebüsch da rein also du bist ein vogel weil das zu nah war in dem moment wo ich schießen wollte das war nur noch einer der ist hier vorne war das nicht der okay das war's brauchen wir auch ein bisschen zu lange er hat nichts dabei er sorgt für den bauernhof du kannst ihn aber ruhig wegschleppen ne ja ja ich hab ja kein bock dass ich immer für dich alles weg wollen also gibt's doch mal was ist da los für sie immer aufräumen hier was soll denn das also wirklich hier vorne ist auch ein besorgen ich verstehe ich verstehe nicht wir hatten ihn doch schon gemacht mir hier nicht war das war alles okay wir gehen mal hier rein ich suche mal die untere etage hier hier liegt was hallo hier ist der tresor ich sehe was hast du aufgemacht ja ne noch nicht hast du den schlüssel dafür ja den tresor code hab ich ok dann warte ich prob dann mal ah ja ok danke dass die gewartet haben ja vielen dank dass sie gewartet haben ein verband habe ich mir genommen hier ist aber noch einer drin wenn sie auch noch einen brauchen naja warte ich bin gleich bei dir komm gleich ja ich war jetzt so ungeduldig mein da sind sie immer warten aber warten sie doch noch mal nach oben ich kann auch auf dem dachboden gehen da liegt hier noch am dachboden da liegt was wenn sie da auch ein verband haben nehme ich den aus dem safe also ich hab hier ja kannst du nehmen ok weil verbände kann man ja mal ganz gut gebraucht ja die kann man gebraucht erste hilfekasten ist hier auch noch falls sie noch einen brauchen ich habe noch unterschall munition ich habe standard mp schuss aber also hier oben auf dem dachboden ist unterschall ok ich komme runter ja ich habe hier alles durchgeguckt die können gerne noch mal nach oben gehen und mal gucken ob sie was gehen ja ich mach das also da hinten durch ne da in den raum linke seite ist er dann da habe verstanden also ich habe hier ich kann hier nichts mehr nehmen oder ok mp standard schuss kann ich noch nehmen habe ich genommen was hast du dir jetzt hier aus dem safe raus genommen für dokumente gar keine dokumente auch waren da gar keine drin nein nein waren keine drin war nur verbände und munition oh hat sich hier ein kind eine höhle gebaut und sieht so aus auf dem dachboden ja resistance radio in a biscuit oh ich habe eine funkdose gefunden hast du wo war die wo war die hier wenn sie aus dem haus raus kommen ach so du bist schon wieder draußen ja was soll ich denn da drin hab doch alles raus geholt da bist du ok die lacht da auf dem tisch da wo die waschlüssel sind so aber wir wollen ja da hinten hin ich spiele da das rüber und kletterspielen weil ich gedacht habe hier wäre vielleicht noch was hallo darf ich sie anbieren ja sie wir mich schon die ganze zeit hier ist noch munition mp und ja ich habe ja ich habe ja panzerbrechende haben sie da oben auch schon mal nachgeguckt ja ja hatte ich und da ist nix ach so moment wo meinen sie jetzt also oben im haus auf dem dachboden oder ne 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 hier oben ja sie sind ja viel zu ich bin da wo ich hingehör ach da oben ah alles klar ne da war ich noch nicht hier ist ein bolzenschneider ja unterschall und qualitäts munition ist hier und wenn dann bin ich doch nicht wenn dann bin ich doch nicht genommen ich habe panzerbrechen ok dann gehe ich mal wieder runter muss richtig knallen so was machen sie da oben wir springen achso ja ok wonach hat er denn ausgesehen ich weiß nicht so los jetzt wir gehen weiter zu den verteidigungsanlagen ich sehe was ich sehe was was sie nicht sehen was sehen sie denn da habe ich das markieren was sehen sie denn da bitte wie haben sie das denn jetzt gesehen ja wenn das so komisch aussieht dann kann das ja nur da sein ok den haben wir schon mal ok aber schießen tun wir den nicht weil nein noch nicht es ist die frage machen wir jetzt wirklich erst die ne wir gehen von ne wir gehen da vor ja doch wir gehen dahin wo wir oh warten sie mal da ist einer in der dun und zwar der das ist schön dann gucken wir nochmal der hugo hirsch sein vater hat im ersten weltkrieg gekämpft hugo hirsch heißt der ich kenne ich guck mal weiter wenn der einer ist aber noch mehr also der sieht uns ja sowieso nicht schön wenn wir die alle schon mal markieren könnten wenn wir welche rumrennen also ich sehe nichts mehr aber wir müssen ja eh dahinten kommen sie mal sie können auch leise erschießen jetzt oder anders oder anders oder anders weil das ist ja schon mal weg aber wir können aber auch in ruhe lassen ja erst wie sind sie denn jetzt da runter ist die trappe so los go 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 was machen sie denn ja ich trau dem auto nicht nicht im auto denn dass sie ab und zu lang gefahren ist hier war das nicht das war da hinten ja hier war das nicht wo gehen sie denn jetzt hin ist ja da wo ich meine markierung gemacht habe ja hier steht zum atlantik mal und zur waffenkammer geht es gerade aus ja das auto ist immer hier lang gefahren die mine lichter aber steil dann kommen sie mal sollen wir die einsammeln lasst du doch da liegen gehen sie immer so dass man sie nicht sehen kann ok ok sicher immer hier oben lang und sehen sie irgendwas nein nein doch ein adler ja sie sind so wahnsinnig lustig soll ich sie sichern oder ja das wäre allerliebst ne soll sie mir erklären wie man die waffe holzern kann ich würde sagen gar nicht mehr hier geht ein weg links rein rechts rein ja weiß nicht ob wir den nehmen sollten oder erstmal nur zum beobachten was meinen sie gute frage gute frage ich meine bei ihnen ist das ja immer so ne man weiß ja nicht ne wenn sie irgendwo hin rennen ist immer sofort alarm ja 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 das ist zweimal gewesen bei mir ist sofort alarm ja das war schon das war schon zweimal so wir können ja eine rolli schmeißen ach ne das war was anderes das war also ich gehe mal hier ganz ach so meinen sie da kommen sie durch wir können aber hier kann man schön beobachten ok ich stelle mich mal hin stücken sie mal meinen rücken ich meine stücken sie mal meinen rücken da ist jemand artilleriefeuer bomben und explosion der bernhard schmidt habe ich jetzt nicht mehr weiterlegt hilft fischer sachen aus der messe zu stehlen und zieht damit auf dann haben wir da hinten aber noch den gustav gerhardt der war journalist bevor er zur armee ging und den den jochen fischer fürchtet dass er befehlsamt offizieren mitbekommen dass er sachen aus der messe gestohlen und dann haben wir noch den manfred gerber kann ich jetzt gerade da der sammelt alte schoko schokoladenpapier alter und kaut zwanghaft drauf rum ja da ist noch jemand das ist der oscar hagemann kann es kaum erwarten den nächsten briefe seiner verlobten zu erhalten war da einige das ist schon ein brutter links muss ich ganz ehrlich sagen da brennt ein haus also wir haben ziemlich viele jetzt hier ich bezweifle aber dass das alles sind ja ich auch wenn man hier soll mich an die ecke stellen und gucken ob da irgendwas ist ja das wäre ganz gut ja das ist der bunker oder steht einer markieren ja und zwar ist das der arnd langer der spricht fließend englisch was er ausnutzt um verwundete feindliche soldaten zu verspotten bevor er sie erschien ist das nur einer ich sehe im moment nur einen aber die frage ist ob wir uns den leise holen sollten ich weiß nicht soll ich das ausprobieren warten sie mal vielleicht kommt dann gleich noch einer raus wenn ich mal hier sehen da ist noch einer drin ja ich sehe es gerade ja ja der paul möller der kann pi bis auf 200 stellen nach dem komma aufsagen also pi pi und er hat mich fast gesehen hoffentlich dass er jetzt hier hoch kommt und er liegt jetzt da hoch das heißt wenn wir den blick machen ja dann machen sie es ja ich versuche leise ja hoffentlich liegt jetzt nicht weg halten sie mir den rücken frei bitte ja malzeit in dem sinn sofort mit ja ich guck mal ob der noch was hat der hat nix wollen sie den auch guten tag sagen aha halt den anderen erstmal im auge ich lege den mal hier ab also sollten wir uns den holen wenn er nach oben geht oder wenn er oben ist der geht ja jetzt sowieso da lang gleich man kann zu diesem schön leise holen kannst du daher schleicht aber ich weiß ja nicht ob im gebäude auch noch nicht eben so er kommt jetzt nach unten ich vermisse da seinen kumpel nicht also einen kameraden ich kann ihn ja hochlocken ja dann lasse ich mal lieber er weiß wer da alles kommt da ist er also merken tut da man liegt dort sieht mich habe ich gesehen er hat sie lassen doch hoch kommt ja ich gehe mal weg ich gehe mal hier hin oh super wer kommt hier hoch ehrlich das hat jetzt deine aufgabe den weg gemacht meine und da schaffst du es wieder nicht aha voll trotzdem erstmal im zweiten schuss aber keine schussabgabe das ist schon mal gut ich hoffe dass er jetzt hier keins weiter kommt ja ich hatte ihn und hat er was dabei ne sein helm rollt weg haben sie die anderen hingelegt ja den sehen sie gleich da wo dieses komische gras anfängt ah ja da liegt der kamera drum sollen wir erstmal reingehen und gucken ob da einer ist ja klar gut dann gehen wir erstmal rein ja lassen sie aber auch dass sie nicht gesehen werden hm ich bin drin ja verstanden ich schau mal hier oben nach hier ist keiner also hier ist nichts ich gehe mal ganz vorsichtig nach oben hier unten fährt ein patrouillenboot rum ok hier oben ist auch keiner aber hier ist ein schönes scharfschützen gewährt ein leistungsstarker k98k naja eine karabiner ich weiß nicht ob wir uns um das boot kümmern sollten aber ich glaube nicht hier ist noch eine nachschubtasche kommen sie mal runter ja hier oben ist auch noch qualitätsmond ja bei beschuss außenwände nicht berühren da lebt ja das boot kann ich sehen ja aber ich denke mal wir lassen das meine ruhe weil sonst mach mal die anderen wachen ja kommen sie mal her für die nachschubtasche hier ja und liegt ja um tisch ah ok danke so und wie wir die anderen da unten am atlantikball weg machen das sehen wir beim nächsten mal jo tschüss